Und jetzt treffen wir Lewan Kobiashvili. Er spielt seit vier Jahren für Berlin. Ihn zu treffen freut mich, auch weil ich Hertha mag, den Verein aus der Stadt, in der ich lebe. Und Kameramann Thomas freut sich auch, denn der ist Schalke-Fan. Kobiashvili hat vor seiner Zeit in Berlin sechseinhalb Jahre auf Schalke gespielt, davor in Freiburg. Was für eine Karriere. 16 Jahre Bundesliga. Der Georgier wurde bekannt für seine fast sprichwörtliche Gelassenheit. Doch 2012 bekam er eine Rekordsperre von siebeneinhalb Monaten. Angeblich hat er einen Schiedsrichter geschlagen. Aber das sollte nicht das sein, was in Erinnerung bleibt. Das Urteil hat er akzeptiert, weil er so schnell wie möglich wieder spielen wollte. Das war der Grund, wieso habe ich diese Speri akzeptiert. Weil ich habe damals gesagt, so will ich nicht aufhören. Das habe ich nicht verdient. Und ich kämpfe weiter, weil das passt mir nicht. Also ich bin nicht so und es kann nicht sein, dass ich im einen Tag schlechter Mensch geworden bin. Ich bin genauso, wie ich jetzt damals auch 1998 nach Deutschland gewechselt. Sie waren 21 Jahre, als Sie nach Deutschland gekommen sind zum SC Freiburg. Wenn Sie daran zurückdenken, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Ja, also ehrlich gesagt damals, es war so, ich habe vorher nicht gedacht, dass ich überhaupt nach Bundesliga oder nach Deutschland komme. Weil meine Gedanken im Fußball und meine Karriere, es war ganz anders. Also ich wollte unbedingt nach Spanien oder in Spanien zum Fußball, weil das gefällt mir immer noch sehr. Und da habe ich einfach so passiert, dass ich plötzlich nach Freiburg gewechselt, nach Deutschland. Und bis heute spiele ich hier in Deutschland. Und damals war für mich was ganz Neues, ganz anderes. Also ein neues Land, neue Sprache, ich konnte kein Deutsch sprechen. Das war ja 1998. Das ist ja von heute aus betrachtet auch irgendwie eine andere Zeit, wenn man sich überlegt, da war gerade Frankreich Weltmeister geworden. Der 1. FC Kaiserslautern war deutscher Meister. Google wurde erfunden. Wenn Sie da zurückdenken an diese lange Zeit, was sind denn so die größten, die stärksten Veränderungen, die Sie miterlebt haben? Jetzt kann ich vieles erzählen. Der Druck ist noch größer und jeder verlangt von dir jetzt noch mehr und mehr. Und wie schnell alles geworden ist. Also unglaublich. Wenn wir jetzt vergleichen, was damals die Spieler auf dem Spiel in 90 Minuten gelaufen ist, was die jetzt heutigen Tag laufen, das ist auch der Riesenunterschied. Und damals gab es auch jetzt nicht solche Bedingungen, wo die jetzt die Rasenheizung und sowas. Und wenn der Schnee da war, dann mussten wir auf diesem Aschenplatz trainieren. Und das ist einfach der Moment, der ist ja heute nicht mehr so. Sie hatten ja nicht nur 16 Trainer, Sie haben ja auch lange bei drei Vereinen gespielt. Stimmt, das wollte ich immer haben. Also ich konnte auch nach ein oder zwei Jahren immer den Verein wechseln, aber das wollte ich nicht, weil wenn ich da bin, da will ich auch jetzt mit den Vereinen identifizieren und auch die alles für die Vereine tun. Und das zeigt auch, wieso ich immer lange in einem Verein gebunden war. Wenn Sie jetzt zurückschauen, welche Erinnerungen sind die schönsten? Es gab vieles, also zum Beispiel mein erstes Bundesligaspiel oder mein erstes Bundesligator, mein erstes Aufstieg mit Freiburg. Vieles, ja, dann in Berlin, die letzten zwei Aufstiege erlebt, das war einmalig. Also alleine nur diese letzten Spiele, ja, Olympiastadion und wo volle Stadion und wo ich jetzt die Leute im Gesicht geschaut und das war diese Freude, diese Lachen und alles. Also das war einmalig und das werde ich nie vergessen. Was müsste denn passieren, damit Sie noch eine Saison länger spielen hier bei Hertha? Ich hätte mal eine Idee, wenn sich Hertha für die Champions League qualifizieren würde und dann hätte man das Ziel vor Augen Champions League Finale 2015 in Berlin. Ne, das wäre wirklich ein Traum. Dann würden Sie bleiben, ja? Also ich unterschreibe gleich, wenn es so wäre oder wenn das passiert. Also es muss alles stimmen, es muss Sinn machen, wenn ich jetzt weiter Fußball spiele. Und dann würde ich, wenn es so wäre, 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 wenn